Hallo, Weihnachten einmal anders. Ich bin hier in Spanien in der Nähe von Murcia in einer ganz ruhigen Anlage. Ich zeig dir das mal. Es sind hier so gut wie keine Leute. Man kann sich also sehr gut entspannen. Im Sommer schaut es da sicher anders aus, aber du siehst hier niemand da. Ganz ruhig, sehr entspannend. Und das war auch immer so ein Traum von mir, weg vom kalten Wetter zu Sonne und zum Meer und dort am Buch schreiben, was ich gerade mache. Mein zehntes Buch dieses Mal ist es ein astrologisches Buch. Lass dich überraschen. Und diesen Wunsch, den ich immer hatte, im Winter eigentlich im Sommer zu sein, habe ich sehr oft in ein neurokreatives Bild eingebaut. Immer wieder gezeichnet daran, meine Wünsche ins Bild hinein projiziert und die neurokreativen Schritte durchgeführt. Und mit fleißigen Neurodings-Fans und Absolventinnen habe ich ein Projekt gestartet, den Adventkalender. Und den möchte ich dir heute zeigen. Es sind wunderbare Bilder entstanden. Und das Interessante daran ist, die Wörter, die wir hier eingebaut haben, die kamen von meinem anderen Kanal, von AstroDings auf YouTube. Da war die Frage, welche Bedürfnisse haben die Leute? Und die wichtigsten Bedürfnisse habe ich herausgenommen und dann den Zeichnerinnen zugeordnet. Und es war sehr interessant, welche Bilder da herausgekommen sind. Lehn dich zurück, genieße einfach Einstimmung, ruhige Einstimmung auf die Weihnachtszeit, auf eine entspannte und besinnliche Zeit. So soll es eigentlich sein. Das mögen dir die Bilder jetzt bringen, die ich dir hier in den nächsten Minuten zeigen werde. Und zum Jahreswechsel haben wir noch einiges vor. Es gibt ein spannendes Video dazu. Bleib einfach dabei, abonniere den Kanal und du bist immer up-to-date. Oder im Newsletter werde ich es dann auch ausschreiben, was wir da vorhaben. Und du kannst gerne mitmachen. Weihnachten in den Herzen. Weihnachten ist mir. Weihnachten in den Herzen. Die Sonne, die Sonne. Wenn auf dieser Welt Liebe und die Kraft Hoffnung gibt, nur dann behütet sein. Liebe Freundschaft, Ehrlichkeit ist alles, was im Leben zählt. Liebe Freundschaft, Ehrlichkeit. Die Maschinen stehen still, wenn die Herzen erblühen, weil Frequenzen der Liebe nie Trennung vollziehen. Wir sind frei, in jeder Lebenslage, drum gibt den Tagen Leben und nicht im Leben Tage. Wir sind frei, wir sind frei, wir sind frei. Let's get it together, it's Christmas. Let's keep it together, all year long. You've got to do your thing, to make life beautiful. Weihnachtszeit, schönste Zeit auf der ganzen Welt. Und jeder feiert anders, grad wie es ihm gefällt. Weihnachtszeit, heiße Zeit, Australien ist famos. Bei 30 Grad im Schatten ist Weihnachten was los. Heute ist der große... Heute mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. I'll be there, I'll be swinging home for Christmas this year. I want it! Bunte Weihnachtszeit, ich schenk sie dir. Was immer du willst, komm und sag es mir. Baby Hanf so rum. Baby Hanf so rum. Why don't you give love on Christmas day? Christmas day. Oh, even the man who has everything, would be so happy of you. Ich freue mich so wie ein Kind daraus. Mit den Menschen, die ich liebe, bin ich Weihnachten. Unser Weihnachtswichtel Hugo hat Fischabernack vorbei. Er hat sicher einen Bruder und vielleicht kommt er bei dir vorbei. Es würde wahr, wäre das nicht wunderbar. Zeig mir den, der das nicht mag. Wäre Weihnacht jeden Tag. Das Jahr ging schnell vorbei. Es war nicht immer leicht. Nur ein Wunsch habe ich frei. Ich vergesse die Zeit und mache mich nun bereit. Take some time and start today to give some joy and hope away. Cause you might be, you might be somebody's angel. In diesem Sinne hier meine Weihnachtsdeko. Frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit.